so 7 vs schmutz die aussetzung lasst euch von diesen zwei vollidioten nicht verarscht dieses videos fiktiv es ist gekommen wie es kommen musste wir sind auf freien fuß doch wie geht es jetzt weiter die waren wirklich im gefängnis sind ausgedient brechen aus denkst du das ist fake oder was dann bist du los wenn du denkst das ist fake das ist ein echter gefängnisausbruch das sieht man doch ausgebüxt und gestrandet auf einer einsamen insel müssen sich aporat und leo machère gegen die wildnis behaupten wird sie die gewalt der natur auf die knie zwingen zwei junge vagabunde stellen sich der herausforderung sie haben die gewisse wildskraft sie trotzen allen schmerz und verbringen die nacht in der wildnis also jetzt muss man auch sagen das gehört nicht mehr zu den 15 zu den 15 vorgedrehten videos aporat hat gesagt er hat 15 videos vorgedreht aber als er es gesagt hat hat er die haare lang gehabt und hier hat er die haare geschnitten das heißt das ist schon das ist schon ein aktuelles video hat da jemand geflungert ist ja auf dem leons kanal vielleicht kommen auf aborat jetzt noch zehn videos wo er jahrelang hat wie lang werden sie überleben mit nur sieben gegenständen und der eigene mannes kann werden sie es von der insel schaffen jetzt haben wir alles hinter uns gelassen jetzt müssen wir nur noch darüber kommen dann haben wir es geschafft aber wie ich wieder rüber man wie ich würde sagen wir müssen zwei will hasen aktivieren ich würde sagen warum sagen die denn sowas wieso sagen die denn sowas das ist so gemein wieso sagen die zu lea maschine abred schmutz das sagt man doch nicht oder schmutz komm mal her kurz wir sind ja am husteln der ganze shit ist ja aber ist das jetzt offiziell darf man jetzt lea maschine abred als schmutz betiteln weil sie es selber tun jetzt mal ein paar energy sammeln beerefratzen oder weißt du welche wäre das ist hinbeere wenn das eine himbeere ist dann heiße ich friedurike ich weiß gar nicht, das schmeckt nicht richtig gut sauber aber kann machen hast du kein steak für uns mitgebracht nein was tut man nicht alles um zu überleben so müssen auf die andere seite kommen das heißt wir müssen ein floß bauen hier sind schon ein paar baumstämme parallel müssen wir versuchen fisch zu fangen wenn man so wilde bären irgendwo ist kann es sein dass das dass man den bandwurm bekommt oder ist es nicht so wenn er so fuchs dran gepisst hat oder so haben die die gerade gepflückt oder haben die die mitgebracht ich guck jetzt noch mal kurz die hatten die bären hatten die die bären an die die haben die wirklich gepflückt kurz wir sind ja am husteln der ganze shit ist ja real du musst jetzt mal ein paar energies haben die bären haben die wirklich vom die bären haben die wirklich gepflückt okay das ist real aber den fisch den haben die mitgebracht oder diese größten ordnung was ich denke so munten mundgerecht schön für so einen dicken karpfen aber davon ja groß machen dass sie verschlucken die kleinen hasen okay ich glaube das reicht die schön weit hinten schön weit unten nicht köder brot essen man gibt mal kurz her digga was das eigentlich gelernt alter in hand und zuweilen ihr live schade das brot wäre echt lecker hätte ich selbst wir brauchen jetzt ein floß wir haben seil aber wir müssen ja holz hier besorgen die gottes holz einfach nennen sagt man auch ob ich mal los gebaut habe gar keine ahnung das ding ist glaube ich zu schwer dass wir vielleicht ja was da immer ich glaube das würde schwimmen wir müssen uns beilen digga bevor es dunkel wird man ja wir haben echt keine zeit ich glaube wir brauchen die axt raus die haben wir gute stück komm her ich habe diesmal gibt es kein luxus und das könnte allein schon vielleicht gut schwimmen und das könnte allein schon vielleicht gut schwimmen hier oder auch hier unten ist schon was kaputt das wäre echt heftig na drück mal alter das ding wackelt guck mal immer einmal das wie das ding wackelt auch ja ich glaube du musst wackeln ein bisschen das geht gleich du musst richtig federn flashbacks von 7w1 als so ein ding auf dem kopf gefallen ich glaube die ganzen bock und kiefer von innen haben es aufgefressen man ich glaube deswegen war der so locker muss auch sagen er ist jetzt wieder durchgebrochen leichter feld gerade wir hätten die auftragen müssen wir haben bisher verkackt gerade scheiße der ist leicht hiebmann 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 ja ich hab ihn doch ich hab ihn auch warte hier längst wohin gehst du ich weiß auch nicht das ist einfach deutsche 7w1 das ist einfach deutsches 7w1 alter direkt zum wasser direkt zum wasser ja ja scheiße oh nein es muss doch einmal zu oh nein wir können uns aber alles zusammen flicken meinst du alles zusammenlegen wenn wir das alles zusammenlegen naja das könnte auch zwei wir das finanzamt nennt die verstecken sich im wald was finanzer braucht eine meldeadresse junger ist das anstrengend alter wir kriegen echt ein gutes los hinweg da meinst du nicht ordentlich material da passt dein dicker hintern schon drauf ich glaube diese schweren dinge die sinkt der sinkt hey meinst du oder schmeiß mal bitte den weg der ist katastrophe ehrlich du kannst mal reinschmeißen der typ dass das ding sinkt direkt okay wir schmeißen mal rein wir testen eins aber warte warte richtig mit wumms ja eins zwei drei junge der schwimmt erste sahne digga willst du mich verarschen junge der schwimmt ich sag's dir ja natürlich ok meinst du bist ein dunkler gewonnen guck mal nach aber gut viel brot weggegangen die waren aktiv die kleinen hasen recht dunkel wir müssen das auch schnell rüber jetzt ganz wichtig hier ein bisschen zusammen bin weißt du was das problem ist nicht dass wenn wir uns drauf legen wir uns überschlagen die kommen schon einfach nur drehen ja ja das war es eigentlich sie so und wir haben das zusammen zu binden ich mache es mit dieser taser taser hält dass uns jetzt diese ecken wie alles verbinden mit taser ja ein bisschen freestyle leute guck mal haben wir so rum sofort ich falle die gleiche runter was ist der unterfluss kaputt komm hier unten durch ok warte was machst du Junge das ist survival Junge das ist kein spaß hier Junge du musst überleben mein gott schnell hopp 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 ja ja warte nein 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 was machst du ich muss doch erstmal lang machen so so sagst du nicht seil ist besser danach kommt das band das wiegt locker ne tonne alter hätten wir weniger fake pranks gedreht hätten wir jetzt nicht hier habt ihr schon hätten wir weniger fake pranks gedreht wären wir jetzt nicht hier naja einsicht ist die beste sicht sei immer wie kann das sein dass der vorzüge im wald hart rasiert es geht doch nicht richtig gute technik wir müssen die holz für alle fische richtig dicker karte ich untersichere müssen gleich gucken ob wir ein fisch bekommen haben also ich würde sagen die bänder sind jetzt einfach dafür da kommt das geil bei den bändern ist du kannst jetzt diese politik machen siehst du ja aber was bringt das jetzt schmeißt es runter runter ja ja hopp 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 danke wuh wir haben wir schön knoten Leon das ist ja richtig hier 24 stunden survival Junge ok knoten komm Digga ready ready to die du musst aufpassen warte oh ne Digga 3 2 1 go 3 2 1 go 3 2 1 go ah warte Junge wir müssen kurz ins Wasser wir müssen es reinkraben komm jetzt komm jetzt komm jetzt komm Red das wird so eine Shit Show wenn die das ins Wasser tun wenn die das ins Wasser tun ich weiß nicht was die vorher aber das wird niemals klappen du darfst jetzt nicht aufgeben Junge ich will nicht du musst survival Junge nein kein aufgeben kein Rückzug oh Gott gleich hol mir den Fisch und dann kriegst du was zum Fressen oh nein ach komm 3 2 1 go 3 1 go 3 1 go ah das Wasser oh Gott du bist schon drin Leute ja ich bin schon drin Digga ist deine Socken nicht nass es ist nass Scheiß drauf weiter gehts oh mein Gott Digga oh mein Gott ah ah komm jetzt 3 2 1 go sehr gut geil Alter ey Red wir kommen nicht davon wir müssen durchziehen wir kommen uns nie von der Insel weg Digga was ist unser Essen was ist unser Fisch der müsste doch eigentlich schon längst da sein oder nicht komm lass gucken wir werden jetzt den Fisch dich fahren man ich kipp hier oben Digga diese Servus meint Musik bitte 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 oh mein Gott ein Fisch ein Fisch Digga der ist ja riesig du meinst ja der reicht schon zwei der reicht safe der ist ja richtig fett Fingertig ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich finde es so geil wie unmotiviert Apparat ist er so boah ich hab keine Bock mehr mit den Schulrex zu machen jetzt sind die trotzdem nass oh mein Gott der ist am zappeln der ist am zappeln der ist am zappeln einfach Digga Leon auf einem nochmal Leon während während er auf dem Date ist du willst du mal einen Kuss geben so oh der riecht frisch Digga oh nein lass mal Digga haben die ihn vorher ins Netz gelegt nein das ist ne freche Unterstellung die haben ihn gefangen Digga du musst doch echt mit das ist alles real ich geh mit rein ah ah pass auf ah komm wir haben keine Zeit komm ins Wasser Junge ich bin doch mit drin ok komm 3 2 1 go ah ja als ob der mit Sanises im Wasser steht ha 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 hätte ich nicht gedacht 3 2 1 go ah ah fast geschafft 3 2 1 go oh mein Gott es funktioniert das schwimmt wir brauchen ein Ding ins Puzzle ah Digga wir ziehen durch ich geh zuerst drauf hast du Handy alles weg warum gehst du zuerst drauf was willst du auch Digga schick schack schong schick schack schong schick schack schong ha 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 geh weg stell dich hinten an geh rauf ich schieb an ok hu ah vorsichtig ja sehr gut das schwimmt das ist so wenn er es nicht komplett richtig nass ist dann Daumen hoch Alter ich hab's ich hab's du bist der Stabilisator ja ich stabilisier das du bist die Stabilisator er drückt ihn raus ok ich muss sagen das ist ich muss sagen das finde ich gut du musst beide Puzzle benutzen ah ich hab es ich hab es wir müssen auf die andere Seite leeren ich soll nicht auf die rauf nein überleg dir noch was es stinkt so hart Digga was mach ich wie sein Arsch begrafft ich soll nicht auf die rauf nein überleg dir noch oh Memo es stinkt so hart der Kameramann steht hinten im Wasser ich rieche gerade oh Gott noch ist mein Oberteil trocken die Betonung liegt auf noch ich seh heftige Spinnen stabile Götz hier es ist so schwer ich schaff es ich schaff es ah 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 es ist kalt Power Paddel durch schnell ah ach so scheiße wir haben ihren Lieblingsfilm nachgestellt es ist wackelig wir haben scheiß gebaut wir haben es nicht stabilisiert es ist so kalt es ist so kalt oh mein Gott mein Eiermann red ich mach das nie wieder mehr ich spür meine Beine nicht mehr ne ich spür dir auch mal Rockback Mountain die Sache ist ich muss sagen der Content ist eine Steigerung zu dem was Leon früher gemacht hat also ich sag ganz ehrlich also der Content hat sich auf jeden Fall ins Positive gesteigert also da kann man sagen was man will aber das hat der Content hat sich ins Positive gesteigert muss ich sagen super red sehr gut sehr gut mach keinen Scheiß bewege dich nicht ja ich hab's ich hab's du paddel du musst rüber mach du auf der Seite ich mach auf der anderen Seite sehr gut wir können es jetzt schaffen auf die andere Seite red ja wir schaffen das die Klasse bevor die Dämmung einbricht komm voran ich glaub's nicht ich glaub's wirklich nicht es sind richtige Naturborschen geworden eben wollte er er nicht mal mit seinem Schuh ins Wasser da hat er irgendwie da hat er gar keinen Bock gehabt und jetzt jetzt ist er im Wasser und paddelt Junge wie ein großer was mich wundert ist dass dieses Stück Holz mit mit Tape zusammen wirklich ansatzweise schwimmt also das 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 hat doch viel zu wenig Auftrieb für zwei erwachsene Männer das ist doch komplett hohl das hat doch gar kein richtiges Holz mehr hä? also klar sind die ein bisschen im Wasser aber dass es überhaupt noch überhaupt noch schwimmt hätte ich nicht gedacht hör auf mach dein Scheiß Mimivideo stelle ich raus dass Wasser nicht echt ist komm weiter 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 nicht großartig bewegen da ich mach doch Digga was ich mach doch Muskelpower gleich gibts einen leckeren Fisch dafür plantest schon welche Fisch Leon wenn wir so einiges geschafft haben dann schaffen wir das auch Junge wir haben so einiges geschafft das ist doch gar nicht Digga da siehst du mal wenn man dran glaubt Digga schafft man so ein Fluss ich hätte echt nicht gedacht dass das hält Digga dass das hält einfach unsere creation Digga unsere creation combination weißt du was das Problem ist Bro erzähl es wird langsam dunkel und wir haben nicht mal einen Schlafplatz den müssen wir uns dann langsam hier besorgen oh mein Gott Leon bewegt dich nicht eine Spinne warte 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 oh mein Gott oh mein Gott Bruder bitte mal Junge ist das schlimm wir müssen den Fisch braten Bro ich hab so Hunger ich hab auch Hunger es wird auch langsam langsam dunkel hier lass mal schnell stranden ok dann leg mal einen Zahn zu komm ich hab auch keine Lust mehr eger kalt gerade man kommt voran Digga das spür man Unterkörper wo ist der Kameramann eigentlich wo ist der Kameramann hat er ein Boot komm Leon wir haben es gleich geschafft schön beide linke Seite um die Richtung zu influencen ne der Kameramann steht einfach im Wasser nein der Kameramann steht einfach die ganze Zeit am Ufer der steht da wirklich der Kameramann hat auch voll Einsatz Junge damit er beim nächsten Food Test Video wieder mal eine Gabel abprobieren kann wir wissen nicht wie tief es hier ist weißt du ein bisschen Leon schaffst du runter zu kommen ich stecke fest ich stecke fest ich stecke fest mein Bein klemmt mein Bein klemmt mein Bein klemmt Hilfe doch ich muss hier raus nein bleibe cargo ich hab's doch gewornt unsere Koalition schafft so einiges Digga doch so floß du hast uns gute Dienste erwiesen deswegen lebe wohl unser Gefährter Freund lebe wohl mit dem ganzen mit dem ganzen Plastik ins wasser Tschau Ja im Wunder, es ist Leon gehalten Das war sein Gewicht, Digga Au Natürlich auch damit gerechnet, dass wir ein bisschen nass werden Deswegen haben wir unsere Survival-Klamotten mit Bro, lass uns umziehen, dann schlagen wir unser Lager auf Wir müssen uns irgendwas suchen, Mann Bevor die Dämmerung einschlägt, let's go Sie haben es von der Insel geschafft, aber Überleben sie auch die erbarmungslose Nacht im Freien So, Red, jetzt haben wir es so weit geschafft, Digga Das sieht hier echt düster aus Noch ist ein bisschen hellig, gleich Gut, dass sie sich doch gleich umgezogen haben Oh, also für unsere super Lager brauchen wir Für was schön, einen Platz Wo kein Regen fällt Die waren gerade so kurz vor ihrem Tod Mit diesem Wasser Ich habe mich an die Situation mit Loke erinnert Loke, nein, der ist fast ertrunken Loke, nein, Loke Jetzt sind fast Leon und manche ein Apparel ertrunken Und die haben es trotzdem noch geschafft, die haben überlebt Ich hoffe, mit dem Fisch können wir gut übernachten Was glaubt ihr, was die Produktion gekostet hat? Über 100.000? Jetzt müssen wir uns damit zufrieden geben Es sei denn, wir suchen gleich ein paar Würmer oder so Dann essen wir dann noch ein bisschen So weit wenn oder nicht so weit wenn Ich faste lieber Hier ist gut Okay, aber du weißt, hier können wir jetzt kein Feuer legen Wir müssen irgendwo gucken, wo wir ein bisschen Schutz machen Das Ding ist, Leute, mit alles kann man was machen Wir brauchen nur ein bisschen Koppel Langsam am Slieseln, ne? Ja, wir müssen das Bein Jetzt halt fest, Bruder, mit dem Fuß Das ist einfach so der typische Typ Der irgendwo dabei ist Aber Hände in der Hosentasche ist Bruder, langsam fängt an zu regnen Jetzt muss ich aber gleich los Ich tue mal den Fuß drauf Wir müssen uns unser Allager aufschlagen Das ist das Problem Erste Sahne, Digga Aber was haben wir vor? Ah, ist das anstrengend, Digga Das haben wir alles mit der Axt gemacht Ah Ah Ah, komm Geh mal raus Ja, super Warte, warte, warte Der hält doch Jetzt hält der super Geil Ha Geil So Rüber, geben wir die Plane rüber Die Plane rüber Zieh an So, ja Okay, super, komm, komm, komm Ja, ja, okay Das obere Ding vorne hochziehen Hochziehen noch, so Ja Schau dir das mal an, Digga Also bisher sieht es besser aus als das Lager von Sabrina Muss man kurz einmal auch ansprechen, das Thema Damit können wir Kriege überleben Wir brauchen ein bisschen Was brauchen wir hier? Also stabile auf jeden Fall auch Für den Boden Trockener Lauf würde reichen, aber haben wir ja nicht, ne? Hast du es gehört? Ich glaub Das war auf jeden Fall, was war das? Ich seh Tiere, glaub ich Ne Ja, scheiße, was ist das? Digga, du weißt schon, dass hier letztens ein Wolf gesichtet worden ist, ne? Ja Du weißt schon, dass hier ein Wolf gesichtet worden ist Das ist unser Lagerfeuer Bist du ein Experte, noch nie ein Lagerfeuer irgendwie eingerichtet Kennst du dich da ein bisschen aus? Ja, ich kenn mich aus Das war super Wir brauchen erstmal ein bisschen hier alles weg Woher sieht es aus? Das sieht aus wie ein Strauß Nach einem Besen, Digga Nach einem Besen? Nach einem Besen Das sieht aus wie ein Strauß Wir sammeln jetzt die ganzen Blätter und packen die in unser Zelt Wisst du das? Aha Das ist wirklich kreativ Da können wir unser Lagerfeuer aufschlagen, Digga Ja Das ist doch, glaub ich, der Wesen von vor 2000 Jahren, ne? Ja, ja So, jetzt bauen wir einen kleinen Ofen, Red Ja Muss, wo wir den Fisch dann grillen Pluspunkte von den beiden Nicht am fließenden Wasser Also keine Krokodilgefahr Keine Wildfahrt Keine Flutgefahr Sie sind einfach klüger Damit arbeiten, was wir haben halt, ne? Ich glaub, wenn der Fisch uns nicht satt macht Haben wir hier Nachtisch Digga, hast du Würmer in deinem Leben mal gegessen? Nee, aber Digga, was sollen wir machen, wenn wir es so weit sind? Würmer essen Öl, kriegst du jetzt Gänsehaut, man Wir machen wie so einen kleinen Ofen, dass das Feuer nicht direkt nach außen geht Deswegen passen wir ein bisschen auf Ich weiß, hier sind Bäume und so Wir haben auch einen Feuerlöscher mit, falls es eskaliert hier Das sieht schon mal nicht schlecht aus Super Jetzt brauchen wir die Streichhölzer Jetzt müssen wir erhoffen, dass es einigermaßen bringt Ist das ein Vogel, oder? Ist das ein Vogel, oder? Was könnte es sonst gewesen sein? Digga, das war irgendwas auf jeden Fall, der nach Gefahr gerufen hat Oh, das bringt ja direkt Zeig, darf ich mal sehen, das sieht echt Moin aus Das sieht echt Moin aus Ja Moin Das sieht echt Moin aus Zeig, darf ich mal sehen, das sieht echt Moin aus Das sieht echt Moin aus Ist du auch den Fischkopf so oft korrekt, oder? Nee, das sieht definitiv nicht Das Video sieht echt Moin aus Jetzt kommen dann echt komische Geräusche Das habe ich noch nie gehört hier, der Du weißt, ne? Wenn ein Tier jetzt, ein stabiles Wölfchen, diesen Fisch hier riecht, sind wir am Arsch, ne? Wenn ein stabiles Mölfchen diesen Fisch hier riecht, sind wir am Arsch Moin Geh dich hin und erzähl mich mal jetzt Okay Also, deine Fake-Stories da Also, meine Storys waren eigentlich alle riech, aber danke nochmal Erzähl mal Ich muss sagen, das Video Also, ist wirklich unterhaltsam Muss ich ehrlich zugeben, ist wirklich nicht schlecht Also, deine Fake-Stories da Deine Fake-Stories Woher unterstellt ihm einfach, dass er irgendwelche Fake-Stories macht? Also, meine Storys waren eigentlich alle riech, aber danke nochmal Erzähl mal, Leon, was hast du so in den letzten vier Jahren gemacht? Du warst da ein bisschen weg von YouTube, ne? Hast du denn mal was Geiles du erlebt da so? Wo denn? Ich weiß gar nicht Copacabana vielleicht Hättest du gedacht, Digga, Copacabana hast du durch die Decke gegangen Das Ding ist einfach der erfolgreichste YouTube-Song, den es jemals gab, also Ehrlich? Von den YouTubern her, ne? Heftig Gold und Platin gegangen und sowas Das ist schon echt wilder Move Krass Was soll ich denn mal sagen? Die sitzen da Warte mich Aber ich muss sagen Das ist wirklich krank abgegangen, das Video Guck dir das wieder an Copacabana Junge, das hat einfach 111 Millionen Aufrufe Das ist halt wirklich krank abgegangen Ich muss sagen, Digga, ich hab mit 13 Mit 13 jetzt ohne Spaß war ich Millionär Das war vielleicht 13, 12 Jahre alt war ich da jetzt ohne Spaß Wo hast du das denn? Denkst du jetzt gerade, ich lüge? Irgendwie gehört das schon ein bisschen Suspekt an Aber vielleicht ein bisschen real? Wir hören zu, Digga Damals gab's Rubbelos, ne? Bei McDonalds Mhm Wenn du drei richtige Felder hast, dann gewinnst du ein Auto, ein Porsche oder vielleicht eine Reise Es gibt jetzt wieder Rubbelos, hat Shirin Davids jetzt noch mit abgeholt, weil sie Verwerbung für Meckles gemacht hat Oder eine Million Ja, ich dachte immer so Eine Million Gab es den Gewinn? Nee, nee, damals gab es den Gewinn Wir waren bei McDonalds damals, wir waren jung, wir dachten sich so, ah, unsere Eltern, die Bruder keinen Cash, du weißt, Digga, McDonalds teuer und so, ne? Digga, wir haben damals so nach Sticker geschnurrt, ne? Leute haben so Sticker gegeben, wir haben gefragt, kriegen wir Deinen Sticker? Dann hat uns einer sein Sticker gegeben, wir rubbeln, auf einmal, Dollarsack war voll, der nächste Dollarsack war voll, der dritte Dollarsack war voll, dreimal, ne? Wir sind durchgedreht bei McDonalds, oh mein Gott, wir sind reich, Bruder, wir sind Kinder, ne? Ja, ja Die sind reich, dies, das, wir gehen an die Kasse damit, wir sagen, wir wollen nur so eine Million. Okay. Der Typ guckt uns an, der denkt so, hä, was wollen die Kinder und so, ihr guckt so diesen Schein, das wirklich so, drei Dollarscheine, eine Million gewonnen, ne? Der hat uns einfach gesagt, ihr müsst bei einer Verlosung mitmachen, weil es haben viele diese Millionen gewonnen. Ihr müsst bei einer Verlosung mitmachen und einer von dem? Ja, einer von denen gewinnt dann die Million. Wir denken, fuck, Alter, da ist mal eine Million gewonnen, Digga, und jetzt gar nicht? Ja. Was machen wir? Wir waren immer bei so einem Star Wars Laden, wir haben immer so Überraschungseierfigur verkauft. Da haben wir dann Figuren verkauft und so, und dann haben wir gesagt, wir haben hier einen Schein von McDonalds, eine Million. Dann sagt er, zeig mal, weißt du, was wir bekommen haben? Erzähl. Der hat uns den abgekauft für 20 Euro. Für 20 Euro hat er gesagt, business, business gemacht. 20 Euro hat er uns abgekauft und weißt du was? Sag nicht, sag nicht, er hat die eine Million bekommen. Bruder, wir haben ihn nie wieder mehr gesehen. Der war nie wieder mehr, hat er da gearbeitet. Nein. Der hat nie wieder mehr da gearbeitet. Der war da ja... Der hat nie wieder mehr da gearbeitet. Dieser Satz war doch moin. Jahre lang. Auf einmal war der weg. Digga, vielleicht hat er wirklich die eine Million bekommen, ne? Ich schwör dir das, wir haben das damals wirklich... Der hat da nie wieder mehr da gearbeitet. Ich gewonnen. Entweder haben die mich verarscht, ich war zu jung. Keine Ahnung. Schöne Million, schön nach Spanien, Digga. Ein kleines Häuslein am See und dann let's go das Häschen. Du weißt doch, wie es ist, reich zu sein, Digga. Erzähl mal. Bruder, was soll ich dir erzählen, Bruder? Apo-ID ist trotzdem immer der bodenständige Hase geblieben. Ich bin trotzdem hier im Walde und ess hier meinen Fisch. Hey! Moin. Ein Wölfchen. Dreckiger, Alter. Alles Gott, tschüss, willkommen. Vor allem, wenn Arsch angefasst war. Du hast ihn hier komplett verbrannt, Digga. Wieso hat Leon Apo-ID eigentlich gerade so hops genommen? Leon hat einfach gesagt, ey, du weißt ja, wie es ist, reich zu sein. Viel zu asozial, Leon. Das klingt zu weit, Bruder. Es gibt ja Grenzen, ne? Aber das ging zu weit, Alter. Du bist weitergegangen als Mimi und das ist einfach auch nicht korrekt mehr. Red, du hast ihn komplett verbrannt. Was hast du vor, Digga? Bisschen schmusen oder was? Bisschen schmusen. Oh, es geht weiter, Leute. Es geht weiter, Brokeback Forest. Red, jetzt geht's richtig ab hier, Digga. So, das habe ich mit dem Besen hier zusammengefegt. Und jetzt einmal das hier so rüber. Ist echt bequem, Digga. Kann man echt machen, Mann. Also die Laubstrategie hat auf jeden Fall Stiftung Hasenfest auf jeden Fall einige Punkte bekommen. Gib mal ein bisschen, Digga. Ja. Red, während der Fisch so an sich grillt, habe ich noch eine kleine Warsche. Die schmusen jetzt die stabilen Wölfchen. Weil ich wusste, Digga, der Fisch wird nicht reichen. Der Jen ist aber auch asozial. Hacker schreibt, Red wohnt halt schon seit längerem unter diesen Umständen. Hör auf. Es reicht. Hast du kurz Snacks mitgenommen, oder? Digga, hör auf. Was ist das? Was? Was ist das? Das ist aus dem China-Laden. Leckeren Hühnerfuß. Der sieht ein bisschen moin aus. Ernst? Oh, das Survival, Mann. Wir müssen husteln. Ist das dein Ernst? Ich esse das nicht. Hühnerfüße. Das kannst du doch nicht essen. Komm jetzt, Kaura. Das ist ekelhaft. Das stinkt unnormal. Das stinkt unnormal. Aber nicht wegen dem Fuß. Veracht mich doch. Ich ess doch selber. Du musst auch. Die beide zusammen. Digga, hör auf. Okay, willst du was anderes dann? Okay, was ich dir gebe, isst du dann? Das sind keine Wörter oder so. Isst du dann das? Was ich dir gebe, isst du dann? Wenn das nicht so super eklig ist. Isst du dann? Ja, nein. Das ist besser als Dschungelcamp. Komm, sag einfach Ja zu vermachen. Was? Wie sie sich krabbeln mit dem Hühnerfuß. Moin. Komm einmal, Digga. Hab die Eier. Sag Ja. Nein. Einmal, Digga. Nein. Was? Schweinefuß. Hey, warte mal. Ist das ein Schweinefuß? Das darf der gar nicht essen. Das ist ja Haram. Ist das? Bro, das Survival. Was ist das? Jogi, wir müssen die Hasseln. Wir müssen unsere Proteine. Nur der Fisch reicht nicht. Schweinehufe. Bro. Schweinehufe vor allem. Ach so. Oh, bitte. Okay, wenn ich dir das gebe, isst du das, was ich gebe. Hä? Das ist ja jemand zum Essen. Mann, die Leute wollen doch sehen, dass wir Survival machen. Die wollen sehen, dass es uns scheiße geht. Bruder, was? Ein Hasenohr. Bah, ist das widerlich. Junge, da ist. Der Ohren schmeißt vom Hasen, hängt die unten dran. Irgendwie bei einem komischen Laden. Was ist das? Was hast du? Hasenohren, Mann. Bruder, ist das gerade... Nimm das jetzt in die Hand. Nimm das in die Hand, Bruder. Du hast gerade gesagt Ja. Niemals in meinem Leben werde ich einen Hasen essen. Niemals. Der alte Hase. Kritischer Hase. Hasenohr. Das ist das gleiche. Oh, das stinkt auch. Oh nein, was ist das? Was ist hier los? Okay, warte, Digga. Rinderohr. Das ist ein Rinderohr. Das ist ein Schweineohr. Kein Rinderohr. Das ist ein Schweineohr. Bruder, bitte. Ist das ein Schweineohr? Das ist ein Schweineohr, Leon. Du versuchst die ganze Zeit einem stabilen, clean deutschen Moslem, Versuchst du die ganze Zeit Schwein unterzubilden. Erst ein Schweinefuß, dann ein Schweineohr. Hör auf, Leon. Hör auf. Oh, ich krieg grad zu Gänsehaut, ne? Oh Gott, hör auf damit. Jetzt aber. Nein. Tippen. Hundekacka. Nein. Hundescheiße. Nein. Ja. Nein. Smiv. Super lecker. Das ist gesund. Das ist gut für die Nieren. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Oh nein, nein, nein. Oh 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 nein. Hat dich so Meulen geschmeckt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber das isst du, Digga. Das musst du. Das hat was mit Fisch zu tun. Wenn du das isst, dann überlege ich mir. Okay, zeig einfach. Okay. Das getrocknete Fisch, Digga. Bruder, ich sterbe lieber anstatt das zu essen, Digga. Wir haben genug Fake gemacht. Wir müssen ein bisschen mehr nix in Realness, Alter. Komm, ehrlich. Eier. In die Karre. Angstschuldig. Mehr. Kann man das so essen, Digga? Stört man nicht davon? Dreckiger, ja. Runterschluckt. Hast du runtergeschluckt? Ja. Wirklich? Ja, jetzt musst du auch. Was? Doch. Du bist so eklig. Du bist eklig, Mann. Ich hab einfach das Stück noch in der Hand, Digga. Ich hab's nicht. Ich hab's genommen. Red wird hier nur verarscht, der arme. Moin. Nein, du bist nein. Oh nein. Das ist einfach so, weißt du, was ist das für Hunde und alles? Weißt du, die knabbern so an Schweinefotos und so. Weißt du, das ist aus dem Tiergeschäft. Digga. Red hat Schweinefleisch gegessen. Dieser eine Deutsche, der seinen Moslemfreunden einfach so einen Schnitzel. Probier doch mal lecker. Probier doch mal lecker Schnitzel. Dieser eine ehrenlose Achim, der zu Murat geht und sagt, Bruder, probier doch mal meinen Schnitzel, das ist sehr lecker. So asozial. Check mal den Fisch auf, ey. Oh mein Gott, ey. Check mal, Digga. Ich muss jetzt eigentlich mal was raus, ich muss das essen, man. Oh, Digga. Alter, riecht mal richtig gut. Ah. Spann jetzt, okay. Schaut mal, Leute. Schön durch, Digga. Einfach durch unseren eigenen gebasselten Grill hier, Digga. Also... Der ist komplett schwarz. Ey, riechen tut er wirklich... Digga, die Leute denken wie... Boah, Junge. Das frisst der aber. Ah. Junge, Food Hustle, Digga. Mh. Mh. Hast du den vergifelt, oder was? Warum hast du das? Boah, zu lecker, Alter. Einen dicken Bissen gönne ich mir. Wobei ist nicht zu viel, ey. Ich hab auch noch. Ich will auch noch, Digga. Ha. War, Junge. Das wird langsam... Wirklich moin, das Video. Au. Mh. Boah, heftig. Oh mein Schwarz. Boah, was ist das? Die Haut ist das Beste. War, Junge, was... Junge, der hatte eben in seinen Händen Schweinefuß. Und jetzt ist dieser Schweinefuß-Partikel in deinem Mund. Bruder, das kannst du ja nicht machen. Bruder, mein Wieser ist seltenes Spezies, Digga. Der sieht schon so... Habe ich mich erschrocken. Wie so ein Feuer... Ich dachte schon, was ist jetzt? Was geht jetzt ab? Roter... Pokémon-Käfer aus, Digga. Bisschen Angst. Leo? Mach die Kamera weg. Ey, Red, was ist da hinten, Digga? Was denn? Ich sehe nichts. Was ist da hinten? Shit. Guck mal, wie die Augen funkeln, Digga. Ist das ein Wolf? Lass mich nicht schnell reingehen. Komm rein, komm rein. Mir ist ein bisschen kalt. Ist dir kalt? Ja. Soll ich dich ein bisschen aufwärmen lernen? Ich krieg schon Gänsehaut. Soll ich ein bisschen so kuscheln? Oh, jetzt ist mir wärmer. Danke, Arthur. Aber hast du ja keine Jacke? Aber jetzt ist mir ohne Spaß. Wie sollen wir hier übernachten? Ja, ich würde sagen, wir können noch abwechseln, weil einer muss schon wache halten, ne? Nicht, dass hier irgendwelche brutalen Tiere vorbeistellen. Ich würde sagen, für diese Survival-Aktion gibt mal einen Daumen hoch, ne? Wir haben echt gehasselt. Ihr wisst ja, Leute. Die meisten YouTuber sind da nur vor einem Kinderzimmer und irgendwelche Videos anschauen. Ja. Die reißen uns hier den Arsch auf, Freunde. Ich bin in meinem Kinderzimmer hier. Ich musste mir keinen Fisch reinziehen. Keinen Schweinefuß. Aus, reißen uns den Arsch auf, Digga. Wir wollen der absolute Unterhaltung einfach für euch. Deswegen gebt mir auf jeden Fall einen saftigen Daumen hoch. Wenn ihr noch mal so eine Survival-Geschichte sehen wollt, in der Wüste oder sonst wo, unter Schnee. Wir sind überall am Start. Die kennen ja keine Kräste. Wenn ihr wollt, Digga. Das entscheidet ihr am Ende. Abonniert den Channel. Aktiviert doch die Glocke, damit du nichts verpasst. Ganz wichtig, Digga. Schön aktiv. Weil es werden aktive Videos gebracht. Der Algorithmus muss aktiviert werden. Deswegen, ganz oben haben wir auch verlinkt, ein Video für Red gedreht. Genau. Auch was witziges, Digga. Link ist oben in der Beschreibung, Freunde. Vergesst nicht, seid am Start. Schreibt einen Kommentar. Für den Algorithmus. Und die besten Kommentare werden geliked. Jetzt wird erstmal geschlafen, Leute. Wirklich mal hin auf... Ah, Junge. Junge. Hahaha. Nicht, dass uns echt einen Wolf catcht oder so. Ich glaube nicht, Digga. Oder wenn doch. Dann... Ey, Junge, du müsstest auf jeden Fall, Alter. Ich kann rennen, Digga. Ich kann auf jeden Fall ordentlich rennen. Aua, Junge. Du... Donnerst mit deinem Kopf gegen den Baum, Alter. Ey, Bruder, ich habe noch einen Hunger. Willst du eine Kackalake essen? Geh mal weg, Alter. Ey, hier ist die Spille. Nein, wo? Äh... Ich habe mich über diesen einen Käfer wirklich kurz erschreckt. Und ich dachte, Digga, lost auf seinem Bein, Alter, was ist gerade... Sammy versus Schmutz. Da muss er erst mal lachen. Und dann denke der immer nach, warum? Und dann, moin. Am Ende ist ein Outro Also es war besser als jedes Reh-Video For sure